Hallo und herzlich willkommen zu... Aua! Einem neu... Au! Zybot! Zu einem neuen Projekt! Zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Was ich mit dem lieben Zybot bestreiten werde. Und er baut schon Holz ab. Und wie ihr schon im Tätel... Tätel... Wie ihr schon im Tätel... Im Tätel... Wie ihr schon im Tätel gelesen habt... Gelesen habt... Geht es hier um Techit? Ein Mod Pack... Um genau zu... Ey du hast das ganze Holz bekommen! Was soll der Sche... Hör auf mich zu hauen! Du Huren! Ja und ähm... Du bist so eine Huren... Und ähm... Ja... Was soll ich da noch weiter zu sagen? Ist relativ kompliziert finde ich... Boah ich hab Eier gefunden... Ein Hurenchen... Ich hab schon welche... Okay kommen wir mit... Bitte was? Ja warte mal... Ja wir gehen jetzt... Irgendeine sichere Stelle... Okay warte... Genug Calls... Äh genug Calls... Ich hab 6... Egal das geht... Bin jetzt hier runter... Nice das Zuckerrohr... WTF... Manchmal bleibt mein Schar einfach so stehen... Tatsächlich... Mein Schar bleibt manchmal einfach so stehen... Bei dir auch... Guck... Auf einmal bleibt er stehen... Er rennt nicht mehr... Läuft bei dir... Ich test... Ich test das nochmal... Ja... Bei mir bleibt er einfach so stehen... Das ist jetzt komisch... Moment... Steuerung... W vorwärts... So... Was ist noch auf W vielleicht... Gestellt... Nix... Ja... Was soll das... Warum bleibt er einfach so stehen... Das nervt... Du hast auch einen Laufknopf... Den du jetzt zum Spritten genommen hast... Der geht auch ohne... Vorwärtslaufen... Ne... Drück nur den... Dann läufst du schon... Achso... Ja ok... Dann... Dann liegt's wahrscheinlich an dem... Dann liegt's an dem... Ja... Es liegt am Button... Hä... Was ist das denn? Ja... Das Öl... Aber nicht da reingehen... Da reingehen? So... Da ist der tot... Rosenblätter... Wo werden wir hingehen? Ja... Gute Frage... Ich hab keine Ahnung wo... Alter... Ich hab schon mal Zuckerrohr mitgenommen... Ich darf nicht mal Alt drücken... Jaja... Hier ist auch nochmal Zuckerrohr... Gute Ladung... Ich nehme alles mit... Jaja... Wollte ich auch machen... Kann man gar nicht essen... Du Trottel... Ich hoffe... Ja 30 FPS... Sieht ein bisschen laggy aus... Muss ich mal gucken... Das vielleicht in der nächsten Folge... Vielleicht... Aber dann gibt's keine Full HD Folgen... Deswegen... Muss ich gucken... Weil... Bei mir geht Shadowplay mit Minecraft nicht... Das ist sehr schade... Dreh nicht die ganze Zeit... Du hast kein... Nichts zu essen... Ja das stimmt auch wieder... Hast du recht... Das stimmt auch... Wieder... Hast du recht... Aber das wird echt interessant... Ich hab noch nie mit so einem Ding gespielt... Äh... Mit so einem Modpack... Hab schon sehr viel darüber gelesen... Sehr viel darüber gesehen... Und so weiter und so fort... Taget wird bestimmt... Sehr interessant... Wo rennen wir überhaupt hin? Ich hasse... Ich hasse Sümpfe... Sümpfe... Ich hasse Sümpfe... Alter... Sümpfe... Okay... Bei mir ist sie ein riesiges Grafikloch... Jetzt nicht mehr? Ja? Dann laden deine Chunks nicht richtig... Äh... Ja ich kann nämlich durch die Wände jetzt sehen... Durch die Wehende? Die Wehende... Wollen wir mal gucken... Ob ich hier noch ein anständiges Tag... Oh... 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 Scharfe... Fertbett... Warte mal... Ähm... Chunks... Wo macht man das nochmal? Ähm... Auf jeden Fall brauchen wir Rosenblätter... Obwohl... Ja die brauchen wir nicht... Aber... Weiß was ich meine... Stirb! Stirb! Und äh... Wir spielen auf nem Nitrado-Server... Für die Leute die es interessiert... Damit auch... Wenn er zu Hause ist... Und das auch keine Bugs haben mit... Ja die Welt... Irgendwie sowas... Spielen wir auf nem Nitrado-Server... Hab eine Wolle... Eine Wolle... Ich hab zwei Wolle... Nein! Renn nicht weg! Du... Scheiß... Ich lauf gleich... Außersehen ins Öl... Warum soll man nicht ins Öl gehen? Probieren geht lieber studieren... Ne... Ne... Ich trau dir gar nicht... Ich vertrau dir kein bisschen... So... Machen wir schnell im Bett... Lass man hier stehen... Da ist ein Zombie... Ja wir brauchen bald Fleisch... Ja das ist ein Zombie... Ja da ist ein Enderman... Häng den Zombie mal ab... Warum? Hast du drei Wolle? Noch eine Wolle... Ja das reicht ja nicht aus... Für zwei Betten... Ja gut... Wie viele Wolle hast du? Drei... Hast du ein Workbench gemacht? Ähhh... Ja die Frage ist... Das ist ein Schwert... Achso... Ja... Die Frage ist... Wo sollen wir hingehen? Ja irgendwo wo es jetzt... Am Anfang noch sicher ist... Vielleicht noch ein paar... Sicher Öl... Und wir brauchen Fleisch... Sicher Öl... Sicher Öl... Ja... Neh mal... Vielleicht ein paar Seeds... Mit... 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 Die können wir eigentlich... Ja warte mal... Wir nehmen die mit... Weil... Aua... Ich weiß... Wegen... Ja genau... Ist das schon Slime? Das müssen wir uns... Verhalten... Verhalten? Alter... Luxemburg ist... In the... In the house... Ah da sind Schafe komm... Dann können wir die Betten machen... Weißt du... Ja hier... Hier links... Hier sind auch Slimes... Die werden wir später mal brauchen... Ja die Musik wird übelst laut... Möchte gleich mal ein bisschen leiser stellen... Ja das ist mir bewusst... Auf jeden Fall so viele Skeletten sind gut... Ich sterb gleich... Ich sterb... Nein! Du musst meine Sachen holen gehen... Bitte... Ich bin tot... Und ich... Wir müssen sterben jetzt... Schon mal ein guter Start Leute... Ja das Problem ist halt... Das... Ah shit... Das Problem ist halt... Der Hunger ne... Ist halt übelst... Übelstes Problem... Ich hab halt auf normal gestellt... Weil einfach... Wir sind keine Pussis... Ja ne... Wir müssen unbedingt... Die Stelle wieder finden... Ja ja easy... Ja müsste gehen... Wir können uns hin... Weg... Der Weg war ja nicht so kompliziert... Ah ich seh dich... Renn... Renn nicht... Mach das ganze langsam... Geh das langsam an... Ja bleib mal stehen... Die Dinger... Die spawnen... Achso ok... Ja dann müssen wir rennen... Toll... Ich komme... Ich komme... Ich komme... Ich komme... Ich komme... Wie viele Moins du sind... Hast du wirklich gar keine Rechte... Wie viele Moins... Was... Ja ne... Ja auch so... Ja ich werde sterben wieder... Ja ich hab die Sachen gefunden... Ja ich seh sie auch... Aber... Äh... Davon aber kein... Wir werden so übelst sterben... Alter... Nein... Bitte nicht... Alter Leute... Wir haben keine Chance... Ich glaube wir müssen das ganze mal anders angehen... Ähm... Moment... Ja wir hätten noch gar nichts... Deshalb... Ja das stimmt auch wieder... Ja aber... Das Problem ist halt... Obwohl hier sind genug Schafe... Ich überlebe das ganze... Wissen du... Äh... Hier... Ich frag mich jetzt nur... Wo ist die Spinne... Waaaah... Hier... So... Ok... Ähm... Ich bin in Sicherheit... Würde ich sagen... Ich kann das jetzt ein bisschen... Der Skeletten darf dich halt nicht treffen... Alter... So... Ich bin auch in Sicherheit... Was hast du sagen darf... Oh nein... Ich bin tot... Ja... Ich bin tot... Was ist hier los... Alter... Ja wir haben so zu lange geredet... Und ausprobiert... Ja ne... Ist halt einfach eiskalt... Weil... Direkt Nacht geworden ist... Ne... Ist einfach sofort Nacht geworden... Guck mal kurz... Bleib beim Spawn... Ne... 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 Ich komm wieder dahin... Wo wir waren... Ich hab Betten... Achso ja dann... Ja Holz können wir... Ja wir hatten nicht wirklich wichtiges... Obwohl die Bone Mails... Aber komm... Können wir... Irgendwann machen... Wenn wir endlich mal Rüstung haben... Alter... Und Essen... Man... Am besten müssen wir was... Ja ja... Ich mach... Ich nehm... Ich hab ne Grube gebaut... Dann nehm ich mal Holz mit... Also du hast... Alle 6 Wolle... Ja... Ich hab 2 Betten... Gut ja dann... Aber ich will trotzdem nicht hier im Dschungel bleiben... Ich hasse Dschungel... Oder sollen wir hier... Bleiben und dann... Ja aber... Wir brauchen Essen... Und woher... Kühe finden oder so... Kühe... Kühe müssen wir finden... Ich hab Eier gefunden... Du bist ja noch beim Spawn oder? Ja... Ungefähr... Also ich bin... Ich bin auf... Minus 255,88... Auf... Minus 8,94... Geh mal dahin... Da bin ich... Und baue grad Holz ab... Ist relativ nah am... Ja komm mal wieder da wo wir Spawn waren... Da wo du spawnst... Ja komm doch einfach dahin wo ich bin... Ich bin grad Holz ab... Ja ich bin ja da am kleinen Strand... Ich versuch hier grade... Doch klar... Ich versuch nur... Ähm... Und seinen alten Weg... Weißt du wo der ist? So ungefähr... Also ja ich weiß wo der ist... Moment... Ja ich mach grad noch ein Schwert... Damit äh... So... Zack... Na... Zack... Damit ich hier die ähm... Dinger töten kann... Die äh... Hühn... Hühnchen... Und die haben auch Eier abgelegt... Da oben ist noch eins... Na egal... Wo bist du? Hier... Ich komm runter... Ich komm hier runter... Okay da... So... Hab hier ein Löschlein gemacht... Das hätten wir am Anfang machen einfach... So zack... Drei Eier... Soll ich mich nicht reinlegen... Kann ich nicht schlafen... Doch... Kommst du? Sollen wir pennen? Komm... Ja... What the fuck... Hat grad aber übelst gepackt... So... Okay ja dann... Oh... Endlich... Endlich wieder Tag... So... Okay äh... Wir müssen uns das ganze... Moment... Ich mach mal hier... So ein Erd... Das... Das müsste man von weitem sehen... Und jetzt gehen wir mal da... Zu den Stellen... Wo wir gerade vorhin waren... Ich hoffe da finden wir eine Kuh oder so... Können wir nicht schlachten... Obwohl ich hab drei Eier... Das sollen wir zuerst machen... Sollen wir zuerst hier... Und Steine holen und so... Also... Ich hab erst mal ähm... Ich hab noch... Bone Meal... Achso ja dann... Wir können das äh... Ne ne mach das nicht zu... Warte mal... Ich hab... Warte mal... Ne ne es geht da was rein... Ne ne es ist kein Problem... Warte ich hab ein... Ne bessere Idee... Hier kann man noch... Flachseeds... Also jetzt nur provisorisch Leute... Wir sind hier jetzt nicht äh... Die Übel Architekten... Ja... Noch nicht... Nein! So... Zack... 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 Und dann... Warte ich mal mit der Tür... So... Jetzt... Müsste das Ganze... Ja... Wunderschön... Was machst du? Ich sehe dich... Was machst du? Ich will gerade... Achso... Sind dein Flachseeds... Ich will gerne... Dann warte mal... Das sind nicht mal die richtigen Seeds... Ja... Ich... Ich mach mir mal ne Spitzhecke... Und dann äh... Ja wir können ja erstmal hier bleiben... Ja ja... Ich bohre mich einfach... Direkt... Unten drunter rein... So... Also hier irgendwo... Ja... Der gerade Tag... Das ist das erste was wir brauchen... Einfach mal... So richtig viele... Erze... Äh... Was war das nochmal mit Diamanten am meisten... Und so weiter... Und Eisen... Äh... Auf 1... Ne... Auf 0... 11... Höhe 11 glaube ich... Das kannst du schon mal anschalten... Warte mal gucken wo es ist... Hoppala... Äh... Ist die Y-Höhe... Okay... Y-Höhn... Ja wir sind noch relativ hoch... Warte... Habe ich Helligkeit schon eingestellt? Weiche Beleuchtung an... Helligkeit hell... Und man sieht... In der Aufnahme dann halt fast trotzdem nix... Wir brauchen Kohle auf jeden Fall... Ja und Weizen... Also geht mit dem Hunger... Habe ich jetzt gerade momentan keine Probleme... Ja ich habe äh... Kokonuss... Kokosnuss... Kokonuss... Aljau alakadar Kokonuss... Ah hier habe ich Kohle... Ich suche gerade Weizen... Ich habe Kohle gefunden... Zack... Gibt mir Flaxseed... Wo... Wo sind denn die Weizen... Ahnung wo die sind... So... Die ganze Kohle mitnehmen natürlich... Ich habe Dias gefunden... Ihr wollt mich doch komplett verarschen... Das ist mein voller Ernst... Ja ja warte... Oh da sind das die... Erst doch... Oder... Muss nicht sein... Oh das ist ein anderer Stoff... Ne ich glaube es ist ein anderer Stoff den wir nicht kennen... Einer von der Mod... Schauen wir mal was das ist... Boah erstmal Eisen... Ich muss zugeben Leute... Ich habe keinen blassen Schimmer... Wie äh... Das ganze Modpack funktioniert... Und so... Also... Nichts von den Mods... Außer vielleicht äh... Dingen... Wie heißt das... Ähm 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 ähm... Too many Items... Da weiß ich was äh... Einfach nur ein simples... Simples Mod... Aber sonst habe ich null Ahnung... Was der Rest so ist... Na ich kenne mich da ein bisschen aus... Ok ich habe Gold gefunden... Oder ist es auch wieder ein... Gold ist sehr wichtig... Für die Technik Sachen... Obwohl ne... Ich glaube es ist trotzdem wieder... Gold mit Redstone brauchen wir... Ein anderer Stoff den ich nicht kenne... Warte mal... Aber da... Ne... Achso hier... Ja... Ich komme gleich hoch... Ok... Meine Spitzack ist kaputt... Jetzt komme ich sowieso hoch... Da seht ihr das Licht Leute... Ich hoffe ihr habt hier in der Aufnahme überhaupt was gesehen... So ist das ganze echt äh... Naja... So... Das kann ich machen... Ähm... Bam Bam... Ich habe fast kein... Ding mehr... Boan Meal macht hier Instant... Ne... Wie? Wie Instant... Das wächst Instant hoch... Instant hoch... Nein... Instant hoch... So warte mal... Ich mache euch... Das ist gerade später am Abend... Ich mache einen Ofen... Einen Ofen... So... Zack... Äh... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht... So... Packen wir da... Die... Dinger rein... Äh... Es werde geil wenn du Holz sammeln könntest... Ja... Ich bin gerade beschäftigt... Mit... Essen... Essen... Kann man auch falsch verstehen... Naja egal... Ich mache... Ich mache das Ganze hier mal... Ein bisschen leiser... Die Musik ist aber auch relativ... Leise doch immer gestellt... Und trotzdem hatte ich... Hatte ich vorhin das Gefühl... Das geht übelst laut... Naja... Ähm... Ich mache mal nur Fackeln... Äh... Ja... Ach... Ich Idiot... So... Zack... 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 Jetzt haben wir 20 Fackeln... Komm mal kurz hier raus... Achso... Du machst hier... Einfach... Pff... Toll... Wirklich toll... Was? Nix, nix... Nix, nix, nix... Wollte gerade was suchen... Ah... Übelst... Übelst provisorisch das Teil hier... Übelst provisorisch... Ähm... Wie da ist... Mach mal mit Flux Seed... Mach mal Farbe her... Ich hoffe... Ich hoffe... Ich hoffe... Ich hoffe ich kann das Ganze mit Steinen abbauen... So... Okay... Quartz Crystal... Was ist denn das? Das... Leg das weg... Leg das weg! Es ist sehr wichtig... Dieses... Ähm... Ne... Ich... Ich glaube... Alles ist einfach wichtig... Ja... Das ist wirklich sehr wichtig... Und hier habe ich noch... Äh... Kopperohr... Also Kupfer glaube ich... Kopper geht... Na... Keine Ahnung... Ich... Kopper... K... Kopper geht... K... K... Kopper geht... Kohle haben wir auf jeden Fall mal... Genügend... Genüglich... Zack... Genüglich... Zack... 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 Ich schau mal, dass ich... Beim nächsten Let's Play... Äh... Bessere Musik hinterlege... Als diese scheiß Minecraft Musik... Hm... Hm... Nuh... 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 Hm... Huuu... Jetzt wird es wieder übelst dunkel... Moment Leute... Ihr seht... Ich gebe euch gleich wieder eine Erleuchtung... So... Zack... Äh... Scheiß Gravel... Ich hasse Gravel... Ja... Wir müssen uns sowieso zuerst mal hier kümmern... Dass wir Essen haben... Dass wir Eisen haben... Genügend... Und dann können wir anfangen mal die Technik Sache zu bauen... Momentan ist es auch relativ Vanilla... Hast du irgendwo Stein? Ja... Ah... Nicht hingelegt... Wir haben noch keine Kiste... Deswegen habe ich ja gesagt... Sag mal Holz... Ja... Ich will ja... Mit einer Stein... ähm... Achse das machen... Ja... Dann bau dir eine... Sehr... Dankbar... Oder soll ich kurz nach oben kommen? Okay... Ich habe jetzt wieder... Ne... Das ist kein Deer... Aber was ist das? Tin... Tin... Oh... Okay... Ist auch gut... Ist alles witzig... Ist alles witzig... Was man findet... Achso... Der war schon... Ja... Ich habe 12... Erklau mir das Fleisch aus dem Ofen nicht... Ne... Du Dreckiger... Weißt du... Was für ein Fleisch? Äh... Nix... Ich habe nichts gesagt... Ok... Ich habe... Oben ist gar nichts... Du Arsch... Oder habe ich sie wieder rausgeholt? Ne... Dann hast du es rausgeholt... Du Dreckiger... Wir... Wir sind ein Team... Ja... Wir arbeiten gemeinsam... Ja... Und klau mir das Fleisch trotzdem nicht... Du Arsch... Die Hühner sollen wir sowieso schon... Ähm... Ja... Ich habe 3 Eier... Wir könnten da... Ah... Ich habe Gold gefunden... Nice... Ok... Ne... Gold kann man nicht abbauen... Ohne Eisen... Ok... Ohne Eisen... Ich habe Eisen auf jeden Fall gefunden... Nummer 24... Langsam kommen wir auf die Höhe... Die wir brauchen... Nummer 11... Da gibt es... Redstone... Und so weiter und so fort... Was haben wir das? Hier ist auch wieder ein Stoff... Den ich nicht kenne... Crystal Meat... Auch... Auch wieder ein Stoff... Den ich nicht kenne... Das ist komplett... Oh... Oh... Ich habe eine Höhle gefunden... Aua... Ok... Warte mal... Na... Ok... Ich habe eine Höhle gefunden... Mit Redstone... Boah... Wie wird nochmal eine Fence gemacht... Also ein Gitter... Mit Zaun... Ja schau... Gib doch einfach ein Gitter... Du Arsch... Warum nicht... Ja weil dann... Äh... Nix angezeigt wird... Doch... Eisengitter... Ja... Und... Willste das machen... Ne... Normales... Mh... Zaun... Ja dann gib einen Zaun... So... Normalen Zaun... Das ist äh... Nur aus Stöcken... Und Zauntor... Ist äh... Stöcke in der Seite... Und äh... Holz in der Mitte... Gib einfach... Z-A-U-N... Ok... Meines ist auf Englisch... Wahrscheinlich... Ne... Warte... Dann geh mal auf Options... Äh... Unten links... In deinem E... Und dann äh... Hast du da wahrscheinlich... Cheat-Mode... Ja... Ja... Und dann... Probier mal zu suchen... Vielleicht findest du jetzt... Ich weiß es ja nicht... Ne... Zaun geht nicht... Es ist auf Englisch... Bei mir geht's auf Deutsch... Ja... Versuch auf... Ja... Versuch einfach auf Englisch... Äh... A... A Zaun... Man hier sieht man ja fast nichts... Ich... Ich... Ich guck immer erst zu spät... Auf die Aufnahme... Auf jeden Fall... Logik... Zack... Gip her... Gip her... So... Schlafen... Wo bist du denn... Kann... Ja... Gar nichts... Jetzt gerade... Aus... Mit einer Axt... Mit einer Dia-Axt... Geht doch die Dia-Axt nicht sofort kaputt... Ja... Okay... Dann... Ja... Der baut halt so viel ab... Wie die Axt hätte... Abbauen können... So... Alter... Komplizierter Scheiß... Ja... Hier sind Erze... En masse... Digi... Gut... Das ist nicht normal... So... Aua... Okay... Ah... Hier ist wieder die gleiche Stelle wie vorhin... Okay... Und dann mach ich hier wieder den Weg nochmal... Kann ich hier nochmal rüber rennen... So... Zack... So... Wir brauchen Hühner... Ja... Ich hab drei Eier... Noch dabei... In der Kiste... Ja... Ich bin hier gerade unten unterwegs... Von daher... Ich komm gleich wieder hoch... So... Nimm nicht... Okay... Ich hab... Ich hab... Lead... Lead... Lead Ore... Gefunden... Silver Ore... Farish Ore... Und Golderz... So übelst komplizierte Namen... Easy... Alles klar... Easy... Hast irgendwie auch Stein... Ja... So... Zack... Ja... Okay... Ich glaub ich muss jetzt... Moment... Auf was für ne Höhe befinden wir uns? Drei... Ne... Warte... Zwölf... Achso... Müssen wir noch einen runter... So... Und jetzt wird hier ge... Ge... Ja... Ich weiß Leute... Das ist die... Eher... Langweiligere... Wari... Ah... Okay... Ich wär fast gestorben... Wegen Lava und so... Easy... Okay... Es wär nicht so schlau mit dem ganzen... Äh... Ding hier rum zu rennen... Von daher komm ich jetzt hoch... Achso... So geht das... Okay... Ich komm hoch... So... Zack... 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 Bis hier oben... Oder hast du... Hast du schon so'n... So'n Zaun gemacht... Wo ich die Eier hinkicken kann? Ja... Okay... Dann wo denn? Ich komm grade hoch... Außen... Das ist mir... Wo bist du denn? Achso... Hier... Okay... Dann tu ich die da rein... Gucken wir mal ob wir Glück haben... Nix... Äh... Kein Ei... Nix... Und wieder nix... Okay... Alle drei Eier waren Blindgänger... Toll... Blindgänger... Ich hab genug Holz... Äh... So... 22 Eisen... Ich tu mal das Golderz rein... Da tu ich mal wieder alles rein... Bam 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 bam... So... Zack... Zack... Ich geh wieder runter... So... So... Wir brauchen ne... Diamant... Bitzhacke... Bitzhacke... Warum? Apropos... Wir können hier mal kurz... Computer... Woah computer ist ja voll einfach zu machen... Ja aber... Wir müssen auch... Okay warte... Minenbohrer. Hast du Redstone? Wir müssen mal eine automatische Werkbank machen. Aber ich glaube, das braucht Steinbruch, Platzmarker, Füller, Konstrukteur, Laser, Bauplan, Bibliothek, Raffinerie, Tank, Pumpe, Öl, Verbrennungsmotor. Wo heißt ein Ocelot? Aber ich glaube, wir brauchen extra... Warte mal, was haben wir hier? Mhm. Upgrade, New Era, Full Cost, okay, what the fuck, Enchanted Book, ja, dies, das. Neue Rails, interessant. Die Planken. Magenta insulte. Das komplizierteste wird ja irgendwie dieses, 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 Moment, ich such's gerade. Das hier. Diese Wires oder so, oder wie wir hier heißen. Die, 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 die... Willst du damit machen? Ja, man muss ja alles verbinden und über Strom laufen lassen. Über was für einen Strom wir das auch immer laufen lassen müssen. Ah, hier, ME-Kabel. Die sind einfach zu machen. Ne, guck, du brauchst, obwohl, warte mal. Einfach. Gibt's auch einen ganz normalen. Ja, du brauchst entweder Knochenmehl. Ne. Achso, warte, die normalen. Moment, ich such mal. ME-Kabel machst du aus nem... Hä? Wo ist, ähm, mit, äh... Achso, mit zwei, hä? Mit zwei Redsauce und nem Quartz, Quartzfieber. Und Quartzfieber machst du aus Quartzdust und Glas. Wie ist Quartzdust? Wie geht das? Mit nem Pulverizer wahrscheinlich. Wir brauchen nen Pulverizer. Ja, wenn du jetzt eingibst, Moment. Quartzdust machst du aus, ja, Pulverizer. Tatsächlich. Er ist, ähm, übelst du kompliziert. Scheiße. Ich find's übelst kompliziert. Oh, geht so. Nachher ist das voll einfach. Hm, hoff ich. Also nachher, wenn man ja, okay, dann... Ich glaub, ich geh einfach nen anderen Weg. Moment, tue ich hier jetzt Stähne. So, zack. Dann gehen wir nen anderen Weg. Einfach den hier. Oh, jetzt Redstone. Wow, das ist voll voll Gold. Nice, das ist... So, zack. Äh, aber ich glaube, das Ganze machen wir dann in der nächsten Folge. Wir sind ja jetzt schon ne halbe Stunde. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn euch die Folge gefallen hat, können wir natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Oh, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Let's Play. Äh, take it light. Tschüssi. Tschüssi. Ich Idiot, hab die falsche Taste gerückt. Tschüssi. Tschüssi.